Hallo, hallo, hallo. Willkommen, der Dunkelheit. Äh, ne, willkommen bei VRising. Ich hab ein bisschen offscreen gebaut, einfach nur, damit wir das nicht onscreen machen müssen. Stream, nicht scream. Und einfach nur erstmal Sachen gebaut. Genau. So, und... Ich hab, äh, den Discord-Server eingerichtet. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Genau. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Super. Mal gucken. 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 Naja egal so aber ich habe ein bisschen Forschung gemacht und vor allem viel wichtiger ich habe so Forschung gemacht dass wir jetzt was freigeschaltet haben und zwar gnadenlose Eisenkeule Eisenkeule So, und ich habe die Geschwindigkeit von dem ganzen Zeug hier erhöht. Und noch so ein paar andere Sachen gemacht, einfach nur damit das alles ein bisschen schneller vorangeht. Genau. Topaz wollte er haben. So, 53 sind wir jetzt. Oh, die kann ich auch erstellen. Glas. Nice. Oh. Das sollte ich auch nochmal eben verschieben. So. 56. Nice. Und ich habe auch Heiltränke noch hergestellt. Einfach nur Safety First. So. Und dann denke ich mal, werde ich... Moment, ich will noch eben... So. Und ich habe das hier noch hergestellt. Nice. Gut. Schön. Schön. Okay. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Oh, den will ich haben. Hehe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Oh Gott. 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 Ach ja, und ich habe die Dauer der Nacht runtergestellt bzw. hochgestellt und Tag runter, dass ich da ein bisschen mehr Spielraum habe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nordosten haben die doch gesagt. Oh Gott. 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 Oh. Ooh. Ist sie da drinne? Ein Wettstein. Okay. Nah und sehr nah. Ach, ist sie wieder in den Höhlen da unterwegs? Ah. Okay. The Luminous has guided you to me. I must do this. Oh. Okay. Bless this shot. Ah. Bless this shot. Okay. Hier lief doch auch Krieg rum. Oh god, oh god, oh god. Okay. 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 Let's get this shot. Light, guide my arrow. Bless this shot. Oh, Luminum! Let this shot! Light, guide my arrow! Let this shot! 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 Why is it so dark? Let this shot! Let this shot! Und wir bekommen wirklich nur einen Trank des Widerstands! Und so... Oh. Schattenblitz Und hier haben wir Obsidan Edelsteinsteintisch Und wo ist die Osten sehr weit entfernt Osten Nordwesten weit entfernt Was sind die irgendwo hier Okay Und Wollfarm Okay Okay Milizlager Oh Gott Oh Gott Hilfe Wir müssen hier echt drüber Okay Dann will ich doch mal gucken Okay Oha Wage dich ins Reich von Moroedium Äh Okay Also sind wir hier im Vapiergebiet Arktisbär Okay Cool Okay Jetzt haben wir einen Teleporter hier Das ist schon mal nice Und die Verkäufer will ich mir angucken Das wird noch mal interessant Was die hier zu bieten haben Oder ob die einfach jetzt weglaufen Muss ich mich verwandeln Vampirkaufmann Oha Strömische Splitter Ah Das ist dann die nächste Variante Oder die letzte Okay Okay Nice Oh 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 Gott Oh Gott Oh Gott Vad Das ist ein Ich salue Oh 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 My bags will kill you. Oh, Gott. Nice. Irgend so'n komischen Eistypi besiegt. Das ist so angenehm. Ich hab' keine Ahnung, was wir von der bekommen. Oder dem. Der, die, das. Monster. Oh. Synergie erwachter. Nice. Einen schönen Schreibtisch. Mal gucken, was wir damit machen können. So, was haben wir denn hier, was wir wegschmeißen können? Blutendes Herz. Ahnensense. Gnadenlose... Gnadenlose Eisensense. Radiumlegierung. Cool. Cool. There is no space in my inventory. My bags are filled. Okay. 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 So, das geht mir eh auf den Sack. Das bearbeite ich jetzt. Ich will mit allem teleportieren. Weil irgendwie muss ich ja Spaß haben und vorankommen und ich will es mir nicht schwerer machen, als es so ist. Ich will mit allem, wenn es so ist. etwas Radium und Urblutessenz Produktion Eisenbarren verblößerte Blutessenz Musik 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 , Musik So, Eisenbarren und... Oh. Oh. Oh, Kacke. So. Äh... Ne, schmeißen wir einfach hier ins Malwerk rein. Garten, oh Gott. Und Dekoration, Teppiche. Wie viele Teppiche soll ich denn noch bekommen? Okay, obwohl man könnte unterschiedliche Themes machen. Das hat dann unterschiedliche Teppiche dafür. Oh. Produktion, Lager. Bretter und Kupferbörren. Kupfer... Bretter. Oh. Oh. Ja. Ouch. Das ist alles. Oh. Ein nahtloses Eisenschwert. Einfacher Teppich und Knoblauch-Widerstandstrank. Ja. War das 70 oder 75? 75. Oh. Oh. Shhh. Oh. 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 hier können wir die Sachen reinschmeißen und hier nehmen wir uns den raus äh und hier können wir das reinschmeißen und was brauche ich denn für das gnadenlose Eisenschwert zwei versteckte Bretter okay das sollten wir ja hinkriegen Eisen und Saphir und Blutessenz okay Blutpresse und ein Saphir war das ne und Saphir so und ich will jetzt eigentlich den hier kriegen Blut verfolgen weil ich das dicke Leder brauche für die verbesserte Rüstung oben und wir müssen mal gucken wo wir Geiselstein herbekommen weil äh was war das noch Moment Produktion Dominanz Augen von Moritu Rissbrüche zu finden weil dann können wir das hier freischalten das sieht ja schon mal nice aus wir können auch Geiselstein einfach im Labor herstellen und wie war denn das nochmal ich misst ein Tisch war das nicht hier oder war das hier auch nicht hier äh irgendwo konnte man die herstellen Blutpresse nö Ungeziefer nö vielleicht einen normalen Handwerkstisch nö Handwerkstisch vielleicht auch nicht in der Schmiede zum Schmelzen das könnte ich mir noch vorstellen ja guck mal und Wetzsteine Schlammkanisse und technischer Schrott nicht schämpf 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 geschämpf schämpf schämpf Amen. 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 Okay. Und... Äh, was fehlt uns jetzt noch? Schriftrollen und zwei Eisenbahren. Schriftrollen haben wir, aber wir können hier drüben jetzt nochmal in der Werkstatt alles mitnehmen. Ja, ich bin hier drüben, aber ich bin hier drüben, ich bin hier drüben, ich bin hier drüben. Okay, kann ich jetzt immer? Oh ja, okay, super. So. Hülentröten. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Was brauche ich denn für Eisenbarren und verstärkte Bretter? Okay, ich würde nämlich gerne vier Zeilen bauen. Schuss! 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 So. So. Und hier vorne drunter will ich das Gefängnis bauen, dass sie hier direkt bei den Pferden stehen. Und hier vorne drunter will ich das Gefängnis bauen. Und hier vorne drunter will ich das Gefängnis bauen. Ich habe keine Geld! Run! Run! The human mind bent, you are under my command. Bend to my will. Oh cool! Oh cool! Und damit haben wir unseren ersten Menschen geholt. Einen Krieger will ich nicht. Oh, Schützen. Oh cool! Oh cool! Oh cool! Oh cool! Oh cool! Okay, saare ich auf meiner Tr Bend,yan rit. Okay! Ich will das Five Set du einmal raus. Ich bin schlapp! Okay, dann will ich jetzt mal gucken Wir brauchen irgendwie eine Blutviole Oh Oh Gott Okay Haben wir uns noch einen 70er geholt Das ist nice Okay 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, haben wir jetzt genügend, um noch eine Forschung abzuschließen? Oh nein! Aber wir können uns eine Flasche holen. Und hier unten. Okay. Dann füttern wir die doch erstmal. Okay. Das war's für heute. Oh, Stufe 4. Also, das hat sich gerade echt nicht gut angefühlt. Werte das Schloss auf. Welchen muss ich mir denn da holen für die Legierung? Was ist das? Okay. Hier kriege ich Pistolen, Urblut und fortgeschrittene Presse. Und der hier hat Juweliertisch und Holztreppen. Das heißt, der hier... Nee. Einer von der... Oh. Oh, Gott. Oh, Eisenbarren. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Voilà. So. Nee. Alles bekannt? Und? Zwielichteriger Warenhändler. Strohut, Grabestaub, fette Grundl. Und der hier hat Kräuter und Tränke. Und der hier hat Kräuter und Tränke. So, hier kommt Baumaterial rein. Hier hinten kommt dann wieder Eisen rein. Ich muss mal gucken, ob ich noch Pollen habe. 20. Okay. Wir müssen noch den rauen Faden herstellen. Rauen Faden? Rauen Faden, oder? Rauer Faden, ja. Für die Schriftrollen. Ich glaube, das war nicht genug. Wir brauchen ja zum Glück nur eine. So, entdecken. Lagerschränke. Lagerung. Anrichten. Aber da passen 35 Gegenstände rein. Höh. Interessant. So. Ich würde mal eben eine ganz fixe Pause machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja cool Ach ja Ich war mal Auf dem Testbranch von Ach wie heißt es Gleich noch Ich helfe mir auf die Sprünge Testbranch Testbranch Ich habe nicht rausgefunden Was geändert worden ist Also ich habe mir die Patch Notes durchgelesen Da war einiges dabei Aber eher so Richtung Bugfixes Aber Achievement Aber Sonst hat man dann nicht so recht Was gesehen Also ich habe keine Ahnung Was da jetzt großartig geändert worden ist Ja Aber ich habe zumindest mal geguckt Und ich hoffe wirklich Die machen das mit den Drohnen Weil die Drohnen die Ähm Sind ja mal maximal nervig Also ich habe auch schon Ähm Steam Forum Haben dann alle Nur noch geschrieben Die haben sich die Drohnen Einmal angeguckt Und für sich Für sich entschieden Ähm Die nutzen Einfache Hasen Äh Convear Bills Und Ja Das war's Also das ist ein bisschen Schade an sich Frostmarkt Der Berg Oh Gott Wow Was ist das Ja genau Ja genau Also ich nehme hier auch alles mit Ne Ein Eissturm Ja Ich habe ein Yeti getötet Und damit Können wir jetzt endlich Dickes Leder Verarbeiten Was wir für unsere Schuhe brauchen Die wir schon Über die Forschung Freigeschaltet haben Und wir können Neuen Rucksack Bekommen Oh Gott Wenn wir nicht verbrennen Heiliges Holz Habe ich das gerade richtig gesehen Heiliges Holz Okay Äh Gefrorene Höhle Irgendwie Blatt war doch hier noch In der Nähe Oder Äh Und die ist wo Eisblock Die ist wo Nordwesten Will aber in die Richtung Ne In die Richtung Oh dann ist da Ähm Ja Eigentlich sollte das Karl Bot machen Nur Äh Äh Der will das irgendwie Nicht machen Ich glaube aber Ich habe den falschen Typ an Kanal Angelegt Also Äh Oh Schneeschuh Schneeschuh Gut Ähm Deswegen muss ich da mal gucken Oh the fuck Terrorklaue der Ogre Okay Wann kommst du denn ins Spiel Hilfe Der kommt irgendwann hier Okay Oh Okay Werde ich mir Angucken Aber Karl Bot ist eine Schildkröte Also Ich weiß nicht Ob Streamcord Da mithalten kann Äh Äh Hilfe Ja das ist doch einfach nur Ich glaube Den hatte ich schon mal gesehen Das ist doch einfach nur Das Twitch Logo oder Achja und äh Falls es dich interessiert Ich habe Unter Hilfe Safe Games Habe ich mein Foundry Save Von heute Abgelegt Ah ok Du meinst so eine Film Filmklappe Szenenklappe Dieses Weiß schwarze Etwas Was man Zusammenschlägt Wenn Eine Szene Los geht Äh ok Gut Ich habe auch keine Ahnung Wie die Teile heißen Achja Ich habe einen Pferdestall Gebaut Mit Dekor Falls dich das Interessiert Hier in Ähm Ähm Wie Rising Da sind sogar Wärter Dabei Die uns unterstützen Können Also die kann man Ansprechen Und einfach So Blut Einfordern Ja So Jetzt kommen wir endlich Zu einem Verarbeitungsgegenstand Der auch Meinen Qualifikationen Entspricht Dickes Leder Na ja Wir sind Guck mal Wir laufen als Wolf rum Können uns zu einem Bären verwandeln Zu einer Ratte Und Verkleiden müssen wir uns Als Äh Menschen Wohl gemerkt Ich habe festgestellt Dass ich irgendeinen Skin dafür habe Jetzt bin ich eine Holde Maid mit einer Taube auf Äh mit einer Eule auf Schulter Ähm Also du erwartest Doch jetzt nicht Dass wir Tiere Einsperren werden Oder Also irgendwo Müssen wir ja auch mal An der Realität bleiben Dickes Leder Und dickes Leder So Wir brauchen Dit Und Fischöl Oder Alte Fischöl Hast du Das Spiel Gespielt Äh Ich Ich weiß Ungefähr Wie alt Du bist Aber Ich weiß Nicht Ob du Ob das Spiel Vielleicht rausgekommen Ist wo du Drei Jahre alt Warst Oder so So Castlevania Wiki Hm Okay Vielleicht Warst du Zwei Oder so Also das Spiel Castlevania Area Of Sorrow Kam 2003 Raus Im Mai Also Vor 21 Jahren Das ist echt Eins der Coolsten Metroidvania Die ich Gespielt hab Neben Metroid Aber Die beiden Spiele Haben meine Kindheit Geprägt Oh Fünf Okay Hab ich dich doch Jünger Eingeschätzt Äh Rechnen ist nicht Meine Stärke Aber Kann ich nur Empfehlen Wenn du Ein Gameboy Advance Emulator Oder sowas Hast Und ein Metroidvania Game Suchst Das ist Geil 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 Oh Geil É B Very Wie Maßnahmen 。」 Eu H Ir So, fehlte Fischöbel. Ich glaube, wir müssen angeln gehen. Ich weiß nicht, ob ich angeln gehen will. Bis jetzt noch nicht. Tera, die Geomanten als nächstes. Papierpresse. Das können wir noch reinschmeißen. Ist gut. Oh. Du, meine Frage. Was hast du eigentlich trainiert, dass man drei Tage Muskelkater haben kann? Oder länger, wenn es schlimm läuft? Okay. Das ist ja problematisch. Aber kenne ich was von. Ich hatte das leider mit der Schulter hatte ich das auch. Ich muss aber auch wieder mehr trainieren gehen. Ich war Ewigkeiten nicht mehr da. Nur in der Krankengymnastik. Aber Beintraining ist immer fies. Vor allem, wenn du Treppen steigen musst und du denkst so, lass mir mal lieber. Da bin ich froh, dass ich zwischendurch mal Homeoffice machen kann. Also, es gibt eine Absprache mit meinem Chef, wenn ich zu krassen Muskelkater habe. Aber die ist jetzt zwei Jahre alt. Kann ich zu Hause bleiben, wenn ich was zu tun habe, was ich zu Hause machen kann. Aber sonst, arbeite mal im technischen Support, wo du durch ein Gebäude laufen musst mit 2000 Computern. Da ist Beintraining die Hölle, sag ich dir. Ja, und wehtun ist immer kacke. Aber was wirklich gut hilft, ist, in einem kalten Pool schwimmen zu gehen. Ja, und wehtun ist immer kacke. Das finde ich komisch. Ein amorphes, dunkles Mineral. Oder mit dem Hund spazieren gehen. Dann bist du allergisch gegen Gräser und gehst mit ihm durch mückenverseuchte Wiesen. Und kommst nach Hause, siehst aus, als ob du gekifft hättest. Hast rote Augen, du heulst und... Dann denkst du auch nicht mehr an das Beintraining, kann ich dir sagen. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist meine Erfahrung von heute, aber... ... ... ... ... ... Tsss. Mhm. Ich hab für 53 Tage Energie. Sollte reichen. Nordwesten, ne? Oh, nah. Oh, die ist im Steinpass. Oh, die ist. So ein paar Edelsteine können wir ja noch gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht genau wofür, aber... immer schön mitnehmen. Da ist äh... Terra, die Geomantin. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Okay. 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 Ehrlich-Tanz-Spektralwächter Was hab ich hier noch? Anhänger der Moor? Ich glaub den hatte ich schon Also mal gucken Uiuiui Ich bin hier. Ich kann nicht hier sein. Ich kann nicht hier sein. Ich bin hier. 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 Ja, auf jeden. Ich bin hier. 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 Hilfe. Ich bin hier. 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 Hund nicht gerecht. Ich bin hier. 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 Oh. Ich bin hier. 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 Paladin. Ich bin hier. 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 Morgen. Ich bin hier. 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 Ich bin hier.